Kat Bockler, du bist echt cool, aber ich befürchte, die Snow Witch machte doch einiges mehr her. Die hat so fiese Fähigkeiten. Mit der werde ich dann mal in den Dschungel gehen. Wen habe ich denn zuletzt gemacht? War das Schaper? Ne, das war der Ark Vegan, glaube ich. Wir haben ihm das Rezept abgeluchst. Ah ja, genau, wir haben die Trice Cream vom Grand Taster bekommen. Genau, da war was. Damit haben wir das Eisgebiet abgeschlossen. Komplett durch, jawohl. Das hat allerdings auch Zwei-Sterne-Schwierigkeit. Deswegen dachte ich mir. Also entweder kriege ich dann, wie üblich, auf das oder auf das Zugriff. Das werden wir mal gleich sehen. Müssen wir erstmal ein paar alte, altbekannte Level hier nochmal durchgehen. Was war das hier? Orks. Koblins und Orks. Jawohl, können wir uns mal drum. Um die Koblin-Blade. Der Koblin-Slayer hat Urlaub. Müssen wir uns selber drum kümmern. Besiege, vier beliebige Monster. So. Auswahl habe ich genug. Keine Schätze, finde ich allerdings doof. Ich wollte eigentlich, danke schön, umziehen. Say hello to my broomstick, ja. Da meinst du dein Boomstick. Wie viel Leben hat die denn? Fünf. Ah, ich könnte dafür sorgen, dass du die nochmal spielst oder feierblast. Ja, komm. Den einen Damage. Den kann sie mir schon geben. Zack. Die behalte ich sowieso auf der Hand. Das ist nur eine einfache Ratte. Die hat nicht so fiese Sache wie auch die ganzen. Schneetypen. Oh, die ganzen Schneemänner. Ich bin mal gespannt, dass die sich noch fieses Arm einfallen lassen. Oh, wir kennen das nicht schlecht. Oh, oh, Swift und Holy. Ein Nachttischwüffel. Das klingt irgendwie nett. Passt ja zu ihr. Schatz. Sehr gut. Den kannst du dir dann mal schnappen. Und dann, äh... Ja, dann kannst du den kloppen. Dann haben wir da unten ein Genoll. Ja. Oh, kann ich den noch damit hinsetzen? Vielleicht kriegen wir nächstes Wunder noch Schütze. Dass wir ein bisschen Money reinkriegen, ja, für... Äh, um die Gilde noch auszubauen. Die Sachen sind ja in der Version um einiges teurer geworden. Ei, 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 der mag da so... Der tut sich aber schon ordentlich weh hier jedes Mal. Der Goblin... Der ist etwas gefährdet. Ich krieg trotzdem noch den Schaden und den Favor. Nice. Hm... Da kann man hier noch extra Leben. Zwift auf zwei. Oh, das geht gut. Ich meine, sie haben sechs Favor. Irgendwie ein bisschen Overkill. Hier ist ja gar kein Boss. Na ja, gut. Warte mal. Da krieg ich noch einen. Ei, 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 ei. Hm. Warum tun die sich ja alle selber weh? Wie spinnt. Gut, das macht's für sie jetzt einfacher, aber egal. Kann ich eh nicht blocken. Okay. Dann... Ah, das. Hm. Das schildsch. Damit tötest du dich selbst. Hm. Noch mal Favor pro Damage. Nee, komm. Wir haben... Wir haben genug... Wir haben genug Favor. Wir haben sechs Stücke. Und ich glaub nicht, dass ich die bei... ...dem Schwarmviehzeug brauche. Äh, bitte die Karte. Das braucht doch drei. Dafür würde ich... ...das verlieren. Neh, aber was. Neh, mal den Haken in die andere Hand. Und... Du wirst dich lieber mit dem Einser anlegen? Ah, na gut. Sie steht nicht auf Gnolle. Na gut. Hauptsache, wir haben hier... ... vier Monster. Passt schon. Hauptsache, wir schaffen die Kust. Hm. Bei Erfolg muss ich eine Karte abwerfen. Das will ich aber nicht. Jetzt bist du weg. Geschafft. Ach, der Bade wieder. Was hab ich denn da bekommen? Wird von Runen angezogen. Zieht eine Runde jede Runde. Moment. Sind damit die Favor-Runen gemeint? Die Snowledge kriegt doch eh schon die ganze Zeit Favor. Aber... Okay. Ich glaube, mit... ... dem Vorteil wird die jetzt... ...extrem Overkill. Aber gut. Wir machen mal weiter mit Ethan. Ein einziger Raum ist das... Naja, gut. Dann legen wir den da hin. Ah, gut. Hm. Na gut, das können wir einmal in Kauf nehmen. Ähm. Da können wir sie vorbei. So. Zack. Geht mit dem Kobold. Hm. Ist beides Holy. Aber... Ah, nehmen wir erst mit dem Schal. Der Schal. Gut. Zack. Ein Skelett Stufe 2. Was soll ich denn eigentlich? Ich soll einen Schatz klauen. Ach, da oben. Oh, Bäraule. Bewacht. Okay. Packen wir uns da mal ein Skelett und einen Schatz hin. Sollen wir Level 3 Monster die Bäraule, glaube ich. Sollten wir trotzdem ein bisschen stärker werden. Sollten wir noch. Zack. Magischer Schaden. Ja, den block ich weg. Da habe ich schon plus zwei. Ich glaube, ich muss mal kurz in der Küche helfen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Sorry, meinem Schatzi ist nur was in der Küche umgefallen. Gab ein bisschen Sesampastasauerei. Habe ich ihm kurz geholfen, das aufzuhören. So. Nichts Schlimmes passiert. Es ist nichts kaputt gegangen. Nur ein bisschen ausgerufen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, dieses Skelett. Äh, ich habe leider meine... Ah, wobei. Okay, ich habe genug Favor. Kann ich auch mal blocken und mir einfach... Drei wieder zurück holen. Zack. Solang der Bot sich nicht meldet. Du meinst meinen kleinen Staubsaugerfreund? Ne, ne, der ist gerade mal... Ruhig. Ruhig. Brennen wieder Bunnydoodos rum. Ja, es ist Oster-Event auf Valguero. Mein lieber. Es müsste aktiv sein. Zumindest bin ich mir sicher, dass ich es angeschaltet habe. Will nicht Fade Cursed. Fade Cursed ist doof. Ein Charakter, der ständig sowieso Fade sammelt. Äh, für den wäre es ziemlich blöd. Ja, ich könnte schon mal vorher mich an einer Bär-Ole versuchen. Mache ich aber nicht. Was fehlt mir noch? Noch zwei Monster-Typ. Da haben wir auch gleich wieder den Bonus für den Level. Exo-Karte ziehe. Ja, das kannst du gerne machen. Das plopp ich dir weg. Ach, verdammt mich. Nö, ich will keine Karten abwerfen. Ich will. Ich will aber auch nicht, dass du die noch mal spielst. Die würde ich gerne boosten. Dann haben wir Eisbad. Oh, die selber verletzt, das darfst du gerne tun. Äh. Naja, das meint er es aber ernst. Habt ihr doch nicht viel gebracht? Lieber. So. Offend. Äh. Das Offend. Das Offend. Oh, das ist drei. Oh, ja. Oh, ja. Nehme ich. Ein Latern. Goldschatz. Gerne. Bewacht vom Skorpion. So. Und die bringen mir alle nichts, um da anzuschließen. Hm, na gut. Macht nix. Jo, schau dich noch mal um. Ob ich es wirklich aktiviert habe. Aber sollte eigentlich. Ach, du meine Güte. Was machst du denn alles für einen Schaden? Hm. Kann ich nicht alles blocken. Ich mach gerade nur magisch. Ich will nicht, dass du die noch mal spielst. Die sabotieren wir dir. So. Na, das ist besser als vorher. So, das muss ich. Zumindest kann ich dagegen. Boah, jetzt kannst du dich schon behalten. Hm. Ich kann eine extra Karte ziehen. Das kann ich blocken. Ich kann dir Schaden zufügen. Ich hab allerdings keine Faver-Runde. Plunk. Das kannst du gerne tun. Das ist nur ein Schaden. Ich kann dafür sorgen, dass du nächste Runde auch wieder nur einen anrichtest. Dann werde ich das auch überleben. Damit kann ich dich nächste Runde aber killen. Auf jeden Fall. Ich hatte auch das gehabt. Naja, egal. Ich hatte zwei. Ich dachte, du magst keine Dodos, Gladi. Und jetzt willst du so ein paar Oster-Dodos in deiner Basis aufnehmen. Interesting. So, so. Ich dachte, ich dachte, Dodos nerven dich nur. Oh. Oh, die Sachen sind alle... Ich würde eher das Flietfutter drauf geben. Das aufwerten. Ein Aulbär ist fies. Wenn ich das doch richtig in Erinnerung habe. Das ist genau das, was ich brauche. Und jetzt habe ich natürlich immer noch Bär-Aus und Skorpione-Aufen. Ei, ei, ei. Na gut. Ich hoffe, du freust dich auf die Ostereiersuche nächste Woche. Eins der Viecher weißt du ja schon mal, was es geben wird. Also, wovon ein Ei bei der Ostereiersuche zu finden sein wird. Ich muss dir ja schon verraten. Ach, die kann man sowieso... Echt? Die kann man nicht tamen? Ich habe es noch nie ausprobiert. Die spawnen sowieso irgendwann. Und braucht man ja nur für die Eier und die Kochen. Ah, interesting. Vielleicht beschäftige ich mich damit nächste Woche auf dem Stream auch noch mal ein bisschen mehr. Während ihr die Osterkisten sucht. Apropos. Hast du zufällig... Jetzt am Samstag über den Nachmittag ein bisschen Zeit im Discord rumzuhängen? Weil ich könnte auch deine Hilfe ein bisschen gebrauchen. Ich muss ein paar Sachen austesten für nächste Woche. Ach du meine Güte, was macht er denn da mit mir? Wenn ich das nutze, block ich zwei weg. Ne, ich block einen weg und es kommen zwei durch. Dann überlebe ich mit zwei. Du machst halt auf alles extra ouch, weil du ja... gerade im Fury-Modus bist. Wenn ich mich aber mit Eisbad jetzt heile... ...habe ich es überlebt. Ha! Auf dem Kopf habe ich noch nichts. Na, also ich hänge am Samstag mit Jo ein bisschen im Discord ab. Die hilft mir ein paar Sachen doch herauszufinden. Oh oh. Ob die so funktionieren für nächsten Mittwoch oder nicht. Ja, ach komm, geh hoch. Nimm den Schatz mit. Wir haben eben einen Aulbergeschaft. Dann werde ich auch den schaffen, hoffe ich. Ne, den kann ich mal ganz gezielt hier mit blocken. Ah. So. Hm, Magie-Puschen. Karte abwerfen. Nö. Nochmal, ja, spinnst du. Nö. Ich will keine Karten abwerfen. Meine Wüte. Fühl mich wohl so mit meinen Handkarten. Ach. Sie schafft auch Aulbeers. Äh, da das eh der letzte Gegner war. Die letzte Kiste. Wollen wir eigentlich skippen. Ah, fertig. Yes. Well now, this is just really quite surprising. Thanks to you, I've lost the wager. Against all odds you're surviving. Next time I hope you find more danger. Ah, am Wochenende bist du die Star. Ah, gut. Okay, schade. Dann muss ich das anders machen. Also, du fährst wieder nur so übers Wochenende, ne? Zurück. Dann muss ich das anders ausprobieren. Ich schreibe dir auf WhatsApp, was ich da eigentlich meine. Dann mal noch genauer. Plus zwei Herzen während eines Kampfs auf einem Rudenfeld. Also, in einem Raum, wo es ein Favor zu gewinnen gibt. Das ist immer gar nicht so schlecht. Wie denn? Du wirst echt nice. Hallo. Ja. Der Org-Wollord. Hallöchen. Wir kommen dich gleich besuchen. Ah, gucke mal. Wie war das mit dem Plus zwei Leben? Der ist Level vier. Haben ein bisschen Pumpen, muss ich sagen. Aber schon, ne? Ich kann nicht nur... Ähm, auf die ganzen Favor vertrauen, ich da hab. Lalalala. Was? Schauen, wie er sich nächstes Mal entwickelt. Uns ist heute ein Motor verreckt von einem wichtigen Band und es sind wenig Leute da. Haben sich die Schichten verschoben, kann sein. Och nö, dass du bei der Ostersuche gar eh nicht kannst. Ach man. Ein Sucher weniger. Das ist schade. Ich drück mal die Daumen, dass dem nicht so ist, aber... Äh. Das wäre wirklich sehr doof. Sehr, sehr doof. Naja, schauen wir mal, wie sie es entwickelt. Kannst mich mal auf dem Laufenden halten. Es fehlen sechs Leute. Oh Gott. Das ist schon ne Menge. Ja, da kann's schon passieren. Ja. Die meisten sind im... Äh, Urlaub wegen Ostern. Oh je. Skelett wäre brittle. Auch noch ein bisschen Ausrüstung. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass Gladi nichts noch keine Spätschicht hat. Dass er bei der Ostersuche dabei sein kann. Wir drücken ihm einfach mal alle die Daumen. Aber wenn halt gerade Leute fehlen, dann fehlen Leute. Das ist schon blöd. Das ist schon blöd. Das ist schon blöd. Äh, das ist mir eh egal. Weil, wie ist das? Die, die nicht mehr abgeschlebt, dann ist die Daumen. Wie ist das? Das ist schon blöd. Das ist schon blöd. Das ist schon blöd. Das ist schon blöd. das nein ich kann noch mehr karte erkunden das ist gut du gehst lieber zu dem gnoll weil dann kriege ich hier noch den bonus waren noch mehr loot und gier leider keinen gescheiten weg bekommen du kannst dich mit dem gnoll level 2 noch anlegen das ist ein guter start sehr schön ich habe sieben fehlern wenn ich die jetzt behalte da musst du dir noch mal spielen ich das nehme aber ich würde dir vier schaden machen du bist dann voll im fury ja du bist mit allem dann im fury das ist das problem ich hole mir extra leben ich muss dir nämlich irgendwie noch drei leben nehmen beziehungsweise nur noch zwei du willst ja welche selber woher habe ich eine stupidity card habe ich nicht aufgepasst ah ok die kam durch dingens die war von von dem brunnen 8 fehl war du wirst dich noch nicht mit dem chef anlegen ok so sei es dann lauf darüber und hol dir den schatz gut wir sind stufe drei da geht noch das könnte ich noch mehr ausbauen ach verdammt damit komme ich nur auf vier hoffentlich schmeißt du mir nicht das schiff ab der einruf hat überlebe ich auch das was du nix dran machst das noch mal ich hab aber Interrupt gezogen nix ist immer der Kack da mit dem Karten anwerfen finde ich nicht so geil krieg ich nicht mal ne Mütze aber das ist alles feuerweite hoch dafür verliere ich das ne ich bin zwölf behalten neun favor alter schwede alles gut beschwer dich nicht so der jammert weil ich ihm hier als seine minions kloppe du bist auch gleich noch dran warlord extra gerade für mich komm her so ne das blocken wir mal das kann ich nicht blocken schade aber ich kann es heilen das kann ich blocken ich kann es blocken oder dich töten ah zuerst blocken ist besser dann kann ich dich nämlich jetzt killen hier mit ich könnte mir noch mehr favor holen aber die hat neun stück ich glaube das reicht wir haben neun stück das ist reich der raum gibt auch noch mal einen was für Kopf endlich so level 4 jetzt sind wir da gleich in level wie der Boss 10 favor komm das schaffst du it's the season of the witch und der kommt natürlich gleich erst mal mit so nem Kack das kann ich nicht mehr wobei wenn ich es mit Holy Siu kombiniere wenn ich einen Block dazu packe naja es halt trotzdem nur einen okay schade da tut sich selber wieder weh wenn ich das für die Karte nochmal spielst eigentlich nicht das da ist fies aber ich habe keinen repel ich könnte die drei Schaden sabotieren aber ich halte sie auch aus dann würden nur noch 6 fehlen naja ich blocke 2 hole mir favor nach und sabotiere mit dem favor dass ich habe die nächste Karte ja ja gut weg damit so jetzt habe ich dich in der Tasche wie es nächste Woche aussieht entscheide ich dich morgen genau okay ich drück trotzdem ganz doll die Daumen ach komm vor dem Warlord habe ich doch keine Angst erzähl kein Mistbade so da haben wir seine Zähne ich drückte ich drückte